Um herzgesund zu bleiben, ist es wichtig, Risikofaktoren zu minimieren. Einerseits ist es wichtig, gar nicht erst zu rauchen oder wenn Sie rauchen, das Rauchen wieder zu beenden. Ein mäßiger Alkoholkonsum ist das Maximum, was Sie zu sich nehmen sollten. Sie sollten kein Übergewicht bekommen und wenn Sie ein Übergewicht haben, sollten Sie versuchen, dieses zu reduzieren. Und als allerletztes ist es ganz, ganz wichtig, eine körperliche Aktivität zu behalten, auch im hohen Alter. Haben Sie andere Erkrankungen wie einen Bluthochdruck, eine Zuckerkrankheit oder erhöhte Blutfette, ist es ganz, ganz wichtig, diese frühzeitig zu diagnostizieren und dann auch energisch zu therapieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017